Ich mache mir große Sorgen um den Erschöpfungs- und Gesundheitszustand meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben furchtbare Bilder in den Köpfen und sind in der vierten Welle der Pandemie jetzt so erschöpft, das kann man nicht mehr beschreiben. Impfen gibt Sicherheit und Impfen schafft Freiheit. Und man tut es nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Man schützt damit alle. Deswegen lassen Sie sich jetzt bitte impfen.